So, halli, hallo, halli, willkommen zurück. Ich hab mir gedacht, eine Folge mach ich noch. Weil ich gerade Bock dazu habe. Und ja, dann bin noch am Aufnehmen. Nehmen noch schnell ne zweite Folge auf. Ich hab mir gedacht, ich bring bring jetzt äh, jetzt alle zwei Tage eine, damit ich nicht so viel Offscreen damit ich nicht so viel Offscreen spiele. Und es wird dunkel. Bad. Ab jetzt Bett. Nehme ich nach meiner Folge auf, die machen aber keine 20 Minuten lang. Und dann können wir uns doch mal im TS beraten. Äh, ja. Ich lege. Hoffentlich kommen keine Monster. Ich hab Angst vor Monstern. Ich hoffe einfach mal, dass er gerade da ist. Äh, oder er ist nicht im Bett. Hm. Ist er jetzt im Bett oder nicht? Komm. Er schreibt nicht zurück. Flucht. Ah, das ist blöd. Ah, das ist blöd. Dann hab ich eigentlich schon mal. Oh, da ist schon das erste Skelett. Die sind alle fertig. Hab ich das rausgenommen? Ja, hab ich. Okay. Äh, ich hab noch 10 Eisen, hab ich gesehen. Die braten wir mal. Einfach nur, damit wir's haben. Und dann baue ich hier ein bisschen die Wand weiter. Ah, jetzt liegt er. Okay. So, ich liege. Schleige. Okay, hat geklappt. So, dann können wir jetzt weitermachen. Dü, dü, dü. Ah, das wollte ich nicht. Kriegen wir noch ein bisschen Cobblestone. Schön. Hat sich bloß nicht gelohnt, das zu brennen. Muss ich ein bisschen aufpassen. Wo machen wir? Die Türe hin. Äh, komm, ich baue hier erstmal. Erstmal zu. Soll ja. Er wird größer werden. 1,35. Eine Zweier-Tüte sollte es schon sein. Äh. Lass ich mal durch. Ich muss die Mitte finden. Da noch eins hin, ne? Dann hab ich hier die Mitte. Dü, dü, dü. Jupp. Steht das hier immer noch. Ich glaube, das ist okay. Dann machen wir das hier weg. Ich das Schild. Und. So, Extrems. Pentagon. Pentagon. Zutritt. Verboten. Dann hier können wir noch ein bisschen Stein hinmachen, damit man auch gut reinkommt. Hier ist noch dieses Creeperloch, was ich unbedingt noch ausbissern muss. Sieht man das auf der Karte? Schlecht! Also wir zeigen hier erstmal komplett die Fenster zu und hacke mir dann noch ein paar Fenster rein, oder? Wenn wir dann sehen, ich brauche hier noch Glas, packe ich hier noch oben drauf, da kommt auf jeden Fall ein Fenster rein, dann brauchen wir hier keines. Machen wir da ein Fenster rein, hier nicht, da ein Fenster rein, ne Moment, ich mache hier anders, mache alle zwei dann, dann machen wir hier ein Fenster rein und da nicht. Und da machen wir Fenster rein und da nicht und hier wird es jetzt kompliziert. Packen wir da ein Fenster rein, da nicht, da ein Fenster, da nicht, hier ein Fenster, hier nicht, da ein Fenster, da nicht, da ein Fenster, da nicht. Hier wieder zu, da nicht und so, tada! Jetzt wird es kompliziert. Das kann ich dir sagen, jetzt wird es kompliziert. Hopp, hopp! Okay, ich muss rüber sprechen, hui! Okay, hier wäre ich noch hochgekommen. Hui! 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 Hopp! Hui! Hopp! Hopp! Hui! Hopp! Hopp! Mega Jump'n'Run Profi bin ich! Hopp, hopp! So, so! Und das gleiche machen wir da dann auch. Und dann können wir eigentlich, oh, Odin ist wieder da. Den können wir eigentlich, ja, dann hier zumachen. Wird ein bisschen schwierig, ich weiß noch nicht wie ich das mache. Da muss ich Dings dazwischen, oh, jetzt piepst die Waschmaschine. Also hier kommt kein Fenster rein, hier kommt die Tür rein. Mit zwei, ja. So. Irgendwas, ah, ich habe neun Stone. Okay, so. So und so. Okay, hier ist schon mal gut, dann machen wir hier eine fette Fensterfront hin. Vier Stück lang, das ist gut. Hopp, hopp! Ich glaube die Außenhülle mache ich noch eins höher sogar, dann habe ich hier große Fenster drin. Ja. Machen wir die Außenhülle groß, eins, zwei, drei. Hier haben wir nicht gesagt. Hier haben wir zwei gesagt, ne? 1, 2, 3, 4, ja genau. So. Okay, wie machen wir es hier? Hier machen wir kein Fenster, dann machen wir ein Fenster. Alle zwei wieder ein Fenster. Genau. So. Da können wir dann noch ein Fenster, da nicht. 2. Weiß nicht, ob wir eins freilassen sollen oder 2,1. So. So. Okay, machen wir das so. Hier machen wir zwei hinten. Auch zwei, da haben wir schon einen Zweierausblick. Mhm. Und hier haben wir eins, zwei, drei. Ja. Passt so. 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 Passt hier auch. Sowas glaube ich. Weiß es gar nicht mehr. Aber ich glaube, hier hatten wir jetzt das Zweite. Gehe ich jetzt mal davon aus. Müsste passen. Ja. Passt. Ne. Passt nicht. Doch. Passt. Passt. Passt doch. Haben mich getäuscht. Passt. Und dann müssen wir uns Glas besorgen. Muss auch mal wieder was essen. Unlesliebe. Nein. Ja, danke. Ich will eigentlich nur essen. So. Und schon haben wir kein Brot mehr. Hey. Und Cleanstone geht uns auch aus. Ja. Die Trockner muss jetzt mal aufhören zu piepsen oder Waschmaschine oder was auch immer. Huch. Stehe ich im Stein drin. Hopp. 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 Oh, da geht es noch runter. Hopp. 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 Dann 6 Stück. Das reicht nicht um einmal komplett außen rum. Aber wir braten ja gerade noch einen Stack. Fällt mir gerade auf. Deshalb. Kriegen wir das gerade noch so hin. Ah ja. Das sieht schon echt gut aus. Komm mal rein. Und hier. Oh hier haben wir. Keine Kohle mehr. Gib mal was ab. Dann können wir hier noch nochmal 16 Kompelstone machen So Ja und da jetzt jeder zweiten Tag eine Folge kommt, mache ich die Folge nicht mehr so lange So wurde das entschieden Und so wird es auch bleiben Und dann haben wir erstmal schön hier Hier sieht es wahrscheinlich hübsch aus Ich schaue mal auf den Berg, ich gehe mal zu Beck, der direkt hier wohnt Der kann direkt auf mein schönes Haus nach unten blicken Ja, sieht jetzt ein bisschen merkwürdig noch aus Aber das kommt noch, das wird noch schöner Können wir hier von dem Berg mal schauen Hier oben sind noch Schafe Die leider kein Leder-Trop für Odin Ja, das kann sich sehen lassen dann, wenn es mal fertig ist Das ist sein Haus Da oben ist er Ach, ist fertig Ja und da ich jetzt den zweiten Tag vorgekommen habe, habe ich schon gesagt dass die Folgen kürzer werden Deshalb beende ich an dieser Stelle Ich will wieder in mein Grundstück rein Verflucht Piss dich So Jetzt komme ich durch Ah, das hat nicht geklappt Ja, habe ich noch ein bisschen Erde Das füllen wir jetzt noch schnell auf Will hier kein Creeper-Loch haben Nehmen wir mal den Stack Erde mit Das muss reichen Hier entsteht ein Pentagon So Und damit beende ich an dieser Stelle die Folge Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat Schaut auf jeden Fall bei den anderen Leuten in der Beschreibung vorbei Die alle in diesem Projekt mitmachen Ja, abonnieren nicht vergessen Und das Video mit deinen Freunden teilen Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Tschüss mit euch und Ciao Ciao